ich glaube das macht sinn dass der typ sich erst mal nur um die getränke kümmert oder um die kühlschränke chieser Cola? Okay, zeitlich geht noch. Und das Huzo? Autos hauen XXX CO2 pro Kilometer raus, Pferde hauen Zähne, kämen nicht auf dem Radtück, wo ich fahre. Siehste? Die müssen vielleicht mal eh Pferde machen. Licht. Was brauchen wir? Milch, Kaffee, Toast. Kaffee. Milch. Ah, da hinten fehlt Licht. Prost. Okay. Prost. 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 Warum soll ein Esel weniger Mist machen? Ist doch fast baugleich mit dem Pferd, du Kleiner. Baugleich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, weiter und später eine gute Nacht. Schlaft alle gut. Leo, mein Lieber, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Wir hören uns, beziehungsweise lesen uns. D, 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 D. Uh, das B da oben ist alle. So. Das passt. Junge, dieses Sound hört sich an, als wenn du bei Minecraft Damage bekommst. In dem Lied. Das ist ja ganz merkwürdig. Gehst du es wirklich in dem Lied? Das ist ja voll verrückt. Tja, okay. Nee. Das ist nichts. Black Metal im Supermarkt. Schön Punkrock. So. Passt, passt, passt. Oh, Junge, das muss ich wieder rausnehmen, das Lied, das ist ja richtig kacke. Nee, das ist schon ein bisschen nervig. Nee, das will ich nicht. Schlaf gut, mein bester, auf eine Hose haben. Schlaf. Hier wollte ich mein Lieber. Dankeschön. Dir auch. Schön, dass du da warst. So langst du sich aus wie ein Obdachlosen. Wieso? Wieso, wieso so langsam? Ach so, du meinst Leo. Ja, der musste Leo doch auch taggen, mein Junge. Du schreibst einfach, schlaf gut, mein Bester, auf einer Hose am Schlafen, dann denkt man doch, dass du schlafen gehst auch. Da muss ich noch taggen. Ja, aber ich doch nicht. Nee, Punkrock ist nicht ziemlich, dann lieber Trans-Techno-House. Ja, so wie das hier, das ist ja so ein bisschen Trans-Techno, das ist schön geschmeidig. Ich recke dich gleich mal mit Egi, Junge. Die machen wir mal frisch, Junge. Erstmal hole ich nur Regal. Kannst du dir die Schere machen, Boy? Und Mitarbeiter holen wir mal. Aber doch gerne, die stehen hier rum, ne? Gibt ihm Stiche. System of a Down. In einer Bank als Hintergrundmusik. System of a Down, auch nicht schlecht, ja. Das geht. Okay, warte mal. Ich habe hier... Ich habe hier... Da habe ich... Hier habe ich ein Regal, was mit Nudeln ist. Das passt. Das passt. Ein Regal, was mit Nudeln ist. Und daneben... würde sich eigentlich... Mehl ganz gut machen. Ein Regal mit Mehl. Und daneben würde sich das Regal mit... Öl machen. So. Wow. dann haben wir hier cornflakes also ich will hier aber auch nicht so stehen dass mir ein bisschen zu enge ja wie mache ich das denn am besten warte mal ich mach das glaube ich so ich mache die reihen erstmal so ne später kommen die reihen anders hin so ist doch nicht ganz gut macht getreide reisbrot mehlnudeln nicht ersinn naja ja da ist jetzt man könnte wohl aber ich will kein brot machen eigentlich macht sinn ja aber im brot ist halt noch kuchen oben drüber das sind halt hier regale das sind halt regale die schon fertig sind hier sind nudeln hier ist mehl da ist öl verschiedene sorten hier ist müsse liegt wenn ich mein brot gucke ist hier brot und kuchen da müsste halt noch ein kleines tostbrot es gibt noch ein kleines tostbrot das müsste da oben denn würde das damit hinkommen der würde das nicht machen so ja auch warte mal wo ist das neue regal ja so und da mache ich jetzt weil hier ist kuchen da ist kuchen dann nehme ich das ding und fülle den auf und setze ihn hier rein so und dann nehmen wir den kuchen und torten grund aus mit ich esse auch sehr gerne kuchen torte auch gerne ja aber lieber kuchen eine torte ist war auch geil so dann haben wir ach so ach scheiße warte mal dass ich mal ganz kurz hier ein kuchen bestellen ist natürlich ein bisschen doof aber und hier oben kommt der kuchen denn rein das sollen die auch mal ändern dass man zum füllen jeden karton wo es reinpasst nehmen kann genau das wäre auch schön ja genau ja nicht immer den karton wo die größe passt ne sondern dieses ding hier würde ich auch in den karton reinkriegen mit cola so käsekuchen mit früchten drauf aber darf nicht mehr zucker in mengen essen zähne diabetes und so ein scheiß käsekuchen auch sehr lecker von mir ist auch ohne früchte käsekuchen saugeil okay hier ist die das sind die regale die noch so ein bisschen gemischt sind reis und guter zucker passt jetzt ja auch nicht so und die sind noch gemischt so warte mal einmal das und zwar meine lampe und mit den lampen das müssen sie auch ändern dass die irgendwie besser angebracht werden können hat zur rolle käsekuchen mit rosenkuchen spärgel oben drauf hat zur rolle sehr widerlich ekelhaftes zeug setz wie stehst du denn zu ananas auf pizza ich bin dann mal raus bis die tage mit thion bis die tage mein lieber ich wünsche dir einen schönen abend noch noch eine reihe was baust du da eigentlich ich baue mir jetzt mein markt richtig auf warum nicht ja siehste schön das so kokoninchen mag anschein keine hawaii pizza so mein freund und der chat ich bin schlafen anstrengend morgen und wochenende bye bye meine zuckerärsche hey du zuckerarsch ich wünsche dir noch einen schönen abend und falls wir das nicht hören sollten geiles wochenende da ist mal eine lücke inzwischen oder das geht das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen da ist die die sind leer die zeit nehmen wir uns mal das ist der erste wirkliche umbauen das regal nehmen wir als abstandshalter wieder mal aber ist eines der besten oh kokoninchen ist direkt sympathisch wenn ich noch zerhackte tiere essen würde familienpizza mit alapagos zwiebeln chili büros tomate käse jetzt habe ich leider nicht da so der kommt dann einfach hier gegen dann über den nach hier da hier da vor die die bleibt da stehen das müssen wir ja für den typen quasi machen der soll ja denn die kühlregale da einräumen ausschließlich erstmal nur die kühlregale da oben auch drauf aber ganz oben nicht ganz unten auch nicht du kannst du drei da ganz oben geht es nicht da unten geht es auch nicht ach so das ist ein anderer den packen wir mal lieber hierhin doch unten geht auch okay die können im baumodus doch ein griff mit nummern einblenden und gastfunktion ja eine rastfunktion würde ich mir auch wünschen von mir aus mit tastendruck in der bahne das ist super das wäre spitze dreimal cola dreimal die sprit produkte erst mal das dreimal die dreimal die und dreimal die